Hallo Leute und herzlich willkommen zu Q-Just Cause 3 Bei den letzten Mal sind wir hier stehen geblieben als wir, ja, einen weiteren Ort befreit haben, dadurch auch in der Gage gerichtet haben Zwei von sieben Anziehungen hier befreit haben und joa Ich würd sagen Wir gönnen uns Direkt erstmal ein Fahrzeug Spriya Kavala Haben wir soeben freigeschaltet Wir können diesen Wagen ab jetzt überall hin liefern Die DRM Truppen in Cinta sind Geschichte Jetzt brechen neue Zeiten an Aber noch ist der Kampf nicht vorbei, Freunde So Striagiyoko haben wir freigeschaltet Okay, wir können diesen Wagen ab jetzt überall hin liefern Sorry Was war denn hier? Hey, sieh mal was ich gefunden habe Mit Schlüssel und allem Der Kerl ist ne Maschine Kannst du schön für mich zum Übergabepunkt fahren? Natürlich doch Bitte komm Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen Achja Achja Gut, da ich schon die nächsten Punkte mir ausmache Achja Verstanden? Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position Na ganz große Klasse Was hab ich mir denn hier für ne Route rausgesucht jetzt? Verstärkung ist unterwegs Durchhalten Boden Team Fahrzeug Deckung Nicht meine Schuld Ich hab ihn genauso wie sie Auch das nicht Gut, dann wollen wir doch mal nach vorne fliegen Gut, dann wollen wir doch mal nach vorne fliegen Zusätzliche Truppen sind unterwegs Ich würd sagen, grandioserweise Alle Einheiten in Alarmbereitschaft Sichtkontakt wieder herstellen Wir schicken Verstärkung zu eurer Position Wir schicken Verstärkung zu eurer Position Vier Zentrales Anfrage erhalten Verstärkung ist unterwegs Und wenn wir hier schon lustig beballert werden Wenn wir hier schon lustig beballert werden Können wir das ja nutzen Das müsste reichen Das müsste reichen Wir schicken Wir schicken Wir schicken Perfekter Parkplatz Wir schicken Wir schicken Wir schicken nos So Oder so Das uh Wer des Helikopterbr previous Mein Gremse Er Ich lass gerade von dem selber ihre Sachen hier zerstören nur so nebenbei erwähnt sei Also wozu sie Stress machen quasi Also wozu siehst Was ist das? Okay, der hat einfach mal einen Minigun. Total fair. Gut, es muss ja auch nicht jetzt zerstört werden. Das hat ja noch Zeit. Deswegen würde ich sagen, gehen wir über in... Ja. Moment, ist das nicht sogar grandioserweise, was ich machen muss? Nein, ich wollte hier drüben das, ne? Ach, ob ich jetzt das oder das da drüben nehme. Am Ende kommt das selber raus. Ein eingenommener Punkt. Komm, 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 komm. Sehr schön. Sehr schön. Ei, kann doch wohl nicht die Möglichkeit sein. Ich wollte doch nur gerade das zweite Geschütz gehackt haben Okay Nicht so wichtig, wir schaffen das Okay Okay Nicht so wichtig Nicht so wichtig Nicht so wichtig So und diesmal Lass ich mich nicht Vom Ding abbringen hier Meine Güte Oh Come on go, let's... Natürlich ist sie wieder ganz Das meinte ich Mit Sachen Gehen nicht Und wird kaputt Oh 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 Das war's für heute. Sollt ihr mich jetzt noch? Die Helikopter sind gleich da. Sind wir bereit, Rico? Zehn Personen, Nutzer nach dem System. Ja, okay. Wir sind noch nicht so breit, weil ich nicht weiß, wie ich diesen gepanzerten Typen da wegkriege. Okay, das fassen wir doch gleich nochmal. Okay. 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 Bring alles mit, was du hast. Er ist zu schnell! Er hat mich! Verdammt ist das alles! Alter, ich kam nicht mal dazu irgendwas an ihn anzubringen. Das ist doch... es ist doch lächerlich. Ah! Okay, wir kriegen das hin. Schön, dass man außerdem im Ladebildschirm trotzdem die Maus hat. Ist ja nun nicht bei jedem Spiel. Wollte auch eigentlich nicht bei jedem Spiel hier auch nicht so sein. Was? Ah! okay das war absoluter schrott was ich da gemacht habe okay aber ich habe ihn weggeräumt also was soll es ich habe erwischt sag mal ach komm schon ich will doch nur den einen kleinen okay wir haben ihn mit der minigun weg dann kommt ein verdammter heli aus dem nicht einfach und räumt uns weg bevor wir überhaupt irgendwas machen können können wir das mal bitte festhalten so wenn du es bist viel spaß damit der aufhörer hat eine salze fertig ok ich kann die nicht anvisieren mehr und die auch interessant mal gucken was habe ich denn hier noch irgendwo habe ich noch ein strom ding ja 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 Kein Sand, dumm gelaufen. Ah, ich versteh schon, dass es unterirdisch. Kein Sand, dumm gelaufen. Kein Sand, dumm gelaufen. Kein Sand, dumm gelaufen. Kein Sorge, ich will ja auch schließlich noch eigentlich weiter mit den Missionen machen, Leute. Das ist halt so das etwas Nervige daran. Das könnte Ärger gehen. Die Waffe ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Lageralarm, neue Herausforderungen freigeschaltet. Granatenwahnsinn 2, neue Herausforderungen freigeschaltet. Eins von fünf Ansiedlungen befreit. Kinder-Spiel. Bitte kommen, alle verfügbaren Einheiten. Melden Sie sich. Bitte kommen. Ja, okay. Ähm... Hallo. Unser geschätzter Anführer hat S. Pia Bassa zum militärischen Testgebiet erklärt. In nächster Zukunft ist mit regelmäßigen Aufwärschen von schwerem Gerät zu rechnen. Uff, die Sprengtrupps sind unermüdlich. Schlafen die auch mal? Ich schlafe jedenfalls nicht mehr. Viva Medici! Gut, gut. Tag 1281. Nun, da ich die Südinseln kontrolliere, wende ich meine Aufmerksamkeit den Fischerdörfern der Westinseln zu. Die dortigen Felsformationen sind wie geschaffen für den Aufbau einer schlagkräftigeren Armee fernab von den neugierigen Augen der Hauptstadt. Kein Problem. Sauberer Schuss. Die Rebell ist weg. Nicht gut, gar nicht gut. Mit. 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 Verstanden, Verstärkung ist unterwegs. 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 Verstärkung ist unterwegs. Vielen Dank.